Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange, wir wollen jetzt rausgehen, denn wir haben hier ein bisschen aufgeräumt, wobei haben wir wirklich alles aufgeräumt, da kommen wir nicht rein. Wir haben eigentlich alles aufgeräumt, hier dürfte nichts weiter sein, Klopapier, nee, ist alles in Ordnung, genau, genau, wir gehen jetzt raus, ein bisschen spielen im Garten, nein, Freund, und los geht's. Aber nicht so laut. Das sind nicht die Klamotten, oder? Doch, das ist die Jacke. Es ist die Jacke. Oh, man, endlich. Ich fühle mich so gut, zu draußen zu sein. Das ist mir der Klamotten, oder? Au, auuuu. Pssssh. 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 Psss. Pssssh. Pssssh. Psssh. Pssssh. Psssh. 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 Da, Baumhaus. Und wenn er runterfällt, stehen beide irgendwie hier. Circa. Ich glaube, sie haben auch die Klamotten bei. Nur, dass beide, glaube ich, die Kapuze auf hatten. Und ihr auch. Und das müssten sogar die richtigen Klamotten sein. Lass uns überraschen hier. Oh, passt nicht. Oh, oh. Nein, er lässt ihn schweben. Alter. Alter. Did you see that? Um, see what? We just got here. Are you okay? Uh, yeah. Uh, I didn't see anything either. Uh, uh, oh. Oh. Okay, I just fell down into the snow. Dad says I'm kind of clumsy. Oh. That's an awesome costume. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh, man. Oh, man. I have the Mega Power Bear. You should check it out. So cool. I've got the Chibi Power Bear. The talking one. No one can defeat justice. Chris, oh, God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes. Even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Unsere Großeltern auf der Durchreise. Oh, Gott. Was sagen die denn? Ähm. Ja. But not for long. We're just passing by. I see. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. I... Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, uh... If Claire asks, tell her everything is fine. Is it... Really? Uh, never mind. See you around. Sure. Er versucht's, ja. Nach dem Tod von seiner Frau. See you later? Yes. We will. Daniel. Did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Nein. Oh, Mensch. Ey, das ist doch... Also, Spiel, das ist gemein, ist das, was du hier gerade machst. Das ist gemein. Ja, doch. Oh. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's... It's over. Daniel, remember that we're hiding out, so no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Oh. 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 Wow. Oh. Es ist aber auch ein Langschläfer. Oh. Okay, er ist bei den Nachbarn. Die Frage ist, ob der Vater dann nicht mal austickt, ne? Wenn er alkoholisiert ist. Mensch, er ist ein Kind. Okay, das ist jetzt bloß das hier. Hat sich bei uns was verändert? Nee. Da ist das Auto, ne? Mit dem haben wir doch, ähm... Bei Captain Spirit sind wir doch damit gefahren. Oder hatten das als Weltraum-Basis-Schiff genutzt. Irgendwas in dem Dreh war jedenfalls. Hier ist nichts. Okay, ist gar nichts. Okay, ich geh. Ist keiner da? So, jetzt haben wir mal hier alles ablaufen. Jetzt gibt's hier nichts zu tun. Oh, das... Ah. Ah. Da dürfen wir aber trotzdem nicht rein, okay? Aber wenn sie in der Kirche sind, vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ich will den nicht benutzen. Ich will den nicht benutzen. Aber ich werde wahrscheinlich vom Spiel gezwungen, das zu tun. Oh. Morgen, ihr Schlafwitz. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS. Der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS. Danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Vielleicht könnte ich Steven's Laptop benutzen? Nein. Es ist eine Jahre, seit ich die Nachrichten aus dem realen Welt hatte. Oh, schön. Also, es ist jetzt fast Weihnachten, ja? Die Frage ist, was... Oh. Nein. Nein. Bitte, das darf nicht. Darf ich nicht rausgehen? Okay. Der Weihnachtsmann hängt da. Ach, du komm. Das ist doch keine Güre. Das ist dein Bruder. Ich gucke mal bloß, ob hier irgendwas ist. Warum hat Daniel nie gehört? Vielleicht bin ich mit ihm zu schlafen. Nee, bist du nicht. Mensch, das ist dein Bruder. Erinnern, ermahnen, loben. Das sind, glaube ich, die einzigen Sachen, was man machen kann. Wir kommen hier nicht rüber. Ja, aber was willst du denn machen? Ah, guck mal. Die Musik. Oh, bitte. Das ist die Musik aus, aus, äh, Captain Spirit. Shit. What the fuck? I'm gonna kill him. Shit. Mist. Ach, du Kacker. Ach, das wissen wir leider. Es war ziemlich weirrt. Ich guck mich erst mal bloß um hier. Wow. Looks like someone paid the high price here. Hm. Oh, Bierdeckel nehmen? At this point, you probably won't miss one eye. Böser Weihnachtsmann. Neues Souvenir. Ah. Ach so, das kann ich jetzt... Ah. Aber... Ja, doch. Wer weiß schon, was er veranstaltet. Okay, das Bier hat sich natürlich noch nicht davon, äh, gestohlen. Können wir von hinten rein? Ne, können wir nicht. Recycling-Tonne. Uh-huh. Wow. That's a lot of beer. Ja. Daniel, what's going on here? Sean! Wait! Don't freak out! I can't explain! Let me tell them. Sean, I know it sounds crazy, but I have a super power. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh. Super power. Really? Yes. Echt cool und verantwortlich. Das Problem ist mit echt cool. Wir spielen das mit. Das, was ich befürchte, ist Folgendes. Deswegen dachte ich erst, er hätte wirklich die Superkraft und dann, ne, ich hatte gesagt, ich hab's nicht gesehen, weil ich wollte es nicht befördern, äh, unterstützen. Weil wenn, wenn er jetzt der Meinung ist, er hat die Superkräfte und hat sie dann nachher nicht und es passiert irgendwas. Das wäre unverzeihlich. Aber trotzdem. Great. Und du wirst nicht verstehen, was das bedeutet? Jeder kann dich von außen sehen. Du kannst in realen Probleme. Das ist gefährlich. Entstehst du das? Ja. Wir hören dich. Wir haben uns geholfen. Das ist nur unser Geheimnis. Okay? Uh-huh. Nobody can find out I'm the real Captain Spirit. And nobody will. Ever. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... Team Signal. Totally. I'm gonna be... Super Wolf. Komm, spiel mit. Spiel mit. Spiel mit. Silver Runner. Professor Diaz. Professor Diaz, wir passen auf. Ah, der war auch noch da. Ah. Uh, excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh yeah, sorry man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out or they're gonna take over the world. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting. Too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes. Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Sie werden sich sorgen. Well, they'll worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. You know, I haven't done anything fun since I got sick. It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away. Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean. I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please. 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 Okay. You win. Not a fair fight. So let's go. Yes. Yeah. See? Dangerous. Okay, team. Give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Oh. Can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you want to see my toys? Oh. Score! The new Hot Dog Man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends. And his enemies. Dude. That's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Ob's hat, der besäuft sich nicht, der Vater. Ähm. Das ist ein Held. Das ist ein Held. Look closely. Das ist ein Schurker. Interesting. Oh, ich glaube, das war auch ein Schurker. Die Insektuiden waren Helden. The bad guys, the good guys. War das hin? Not that easy, right? Okay. How did I do? You're not a very good observer. Okay. Let me introduce them to you. This is team Spirit. The good guys. There's the forest warrior. Power bear. More T-Rex and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer. But he's out in the garden. Captain Spirit kinda took care of him. He might need a little surgery now. But they're all working for Mantroid, who is the real supervillain. You should see his evil planet. Why doesn't Captain Spirit stop him? He tried but failed. That's why he needs Superwolf. You know, Daniel. To prevent Mantroid from hurting other people. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. About that. Behält der, äh, die Farbe immer? Dein Vater weiß es? Um, does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything and the power didn't work yesterday. After I fell. I must have been too tired. Okay. Good. Um, I mean, he could be pretty disturbed if he knew. I'm definitely not telling dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff anyway. Huh? Chris? It's none of my business, but are you and your dad okay? Uh, what do you mean? I don't know. Um, Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just he has a hard time being on his own. That's all. Chris, I know life can get pretty tough. Trust me. But you'll be okay. You're an awesome kid. Thanks, Sean. but I don't feel scared anymore. I have the power and I have Daniel. Oh, oh. There's the signal. Come on, Daniel. Hey, pro tip. Don't go in there. Okay, squad. Let's roll. Ah. Der ist jetzt aber zwei Tage hat er schon die Masquerade und die Farbe an, ne? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel, don't mess around. That hatten wir gemacht. Oh, das hat sich das Spiel gemerkt. Das hätten wir nicht machen wollen. Das haben wir auch gemacht bei Captain Spirit. Ich mag das, dieses Crossplay gerade, ja? Die Sachen. Die Hauptsache wir werden nicht gesehen, Hauptsache wir werden nicht gesehen. Das ist das Problem. Bitte nicht wieder eine Entscheidung, Chris nicht anlügen. Das wird sowas von, wenn ich jetzt wüsste, welche Auswirkungen das hat mit dem Geheimnis, weil meine Befürchtung ist, und ich wette, das wird passieren. Meine Befürchtung ist, wenn wir nicht zumindest dem Jungen, also Chris, aufzeigen, dass er die Kräfte gar nicht hat. Es wird etwas passieren, wogegen er machtlos ist. Wo er denkt, dass er mit der Kraft, die er angeblich hat, sich schützen kann. Was er aber nicht kann. Ich muss es riskieren. Ich mache nur Dinge, wenn es mir und Chris ist. Niemand sieht uns. Ja, niemand, aber ich. Was ist es, dass es Chris' Vater war? Oder Frau? Oder ein Kampfer? Oder... Okay, okay. Ich verstehe. Aber ich bin vorsichtig. Das ist nicht genug. Du musst dich extra, extra vorsichtig sein. Okay, ich versuche ich. Ach, das ist so kompliziert. Das ist so kompliziert. Wow. So viele Türen. Ugh. Sie sehen, wie große Kucke. Creepy. Ich hoffe, hier sind nicht irgendwo ausgehangene Zettel. Hast du nicht gesehen? Lass uns überraschen. Vielen, vielen Dank an der Stelle fürs Zusehen. Ich habe echt ein absolut ungutes Gefühl. Und ich hoffe... Ich hoffe... Ich habe ja ausgeführt, was ich befürchte, was passiert. Und... Lass uns überraschen. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin. Euer Firefox. Euer Firefox.